Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ein Traum geht in Erfüllung. Ein Traum. Oder der liebe Gott hat mich erhört, ich weiß es auch nicht, ja. Sofienne, Feature Nino, Hornet la Frappe, Alter, Hornet la Frappe, und Nino, und Sofienne, Sofienne, Nino, Hornet la Frappe. Meine lieben Freunde, es ist ein Traum, ja. Ein sensationeller Künstler, saugeile Musik, alle drei sind sensationelle Künstler und machen sehr geile Musik. Und deswegen schauen wir diesen Track uns an, das ist mir egal, ich werde sehr oft stoppen. Und wenn ihr keinen Bock auf die Stopps habt, geht ihr in den Link unten in der Beschreibung und schaut euch den Scheiß an. Ansonsten lasse es ein, ganz einfach. Wie viele Sprachen war denn dieser Text gerade? Ich schalte um zur fortrussischen Sprache, perfekt für die Russen, ja. Diese Stimme sagt schon alles. Ich finde Nino immer so geil, Alter, der ist immer so fresh gestylt, richtig geil. Also wer den jungen Mann nicht feiert, dann weiß ich auch nicht mehr, was mit euch Jungs los ist. Das ist richtiger Hip-Hop, Mann. Mmmmm. Es folgt Long Viennik Como Long Viennik Long Viennik Como Long Viennik Long Viennik Long Viennik Ta belle maman c'est plus la même qu'avant J'suis dans l'place mon gantet Djoginga et Gator Oh Nino, Nino ist sowieso so unnormal, alter, ihr müsst seine Tracks mal richtig reinkloppen, der hat so unnormal krasse Tracks, dicker, der kann aber auch richtig abgehen, man Die hätten wenigstens die Scheibe von der Karre mal sauber machen können, wo war das denn? Alter, guck mal wie dreckig, dicker Also ich glaube nachdem ich das jetzt gemacht habe, wird das Video gesperrt oder wahrscheinlich entmonatarisiert Oh 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 Wie das spittet, liebe Leute Hornet ist ja sowieso so ein richtig geiler, alter Ich muss, ich werde auf jeden Fall über Hornet irgendwann mal so ein bisschen mehr was sagen, ja Es ist immer so ein bisschen schwer, sich ins Französische einzulesen, zumal wenn man selber kein Franzose ist Und die Übersetzungen sind meistens auch Katastrophe, aber irgendwann mal kommt das, ja Das ist ein Schreck, dicker Oh Oh Ballert der Ein Brett, alter, geht einfach da drauf, hört euch die Scheiße an und dann meckert nicht so viel, ja Genießt einfach die Musik, ich bin gerade ziemlich gestresst, sag ich mal Deswegen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal Ja